Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder reinschaut. Heute gehen Sarah und ich den Hotze-Mann-Weg. Dieser Weg ist etwa 14 km lang und erschwert drei Landkreise, und zwar Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis. Wenn ihr wissen wollt, was der Hotze-Mann ist, dann kommt einfach mit. Die Hotze-Mann-Weg. Die Hotze-Mann-Weg. Es gibt insgesamt vier Wandereinstiege, die offiziell ausgeschrieben sind. An jedem findet ihr kleine Infotafeln und auch Flyer. Die Hotze-Mann-Weg. Die Hotze-Mann-Weg. Die Hotze-Mann-Weg. Die Hotze-Mann-Weg. Musik 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 So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns gut gefallen, vor allem wegen den weiten Ausblicken weit ins Land. Das war richtig genial, Daumen hoch dafür. Jetzt wollt ihr noch wissen, was der Hotzomon ist. Der Hotzomon ist ein männlicher Hirschkäfer. Sarah und ich wussten das bis gestern auch noch nicht. Hat einer von euch diesen Namen schon mal gehört? Bin mal gespannt, schreibt mal in die Kommentare. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also bis dann, ciao ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was man hier sagen kann, ist, dass an jedem der vier ausgewiesenen Einstiege auch kleine Infoschilder und auch kleine Wanderführer hier... Was ja ein Blödsinn, was ich gerade schätze. An jedem der vier Bekannten... An jedem... So langsam kommen wir wieder zu... Jetzt kommen wir wieder langsam zum Ende unserer Tour. Die Tour hat uns echt gut gefallen. Vor allem wegen den weiten Ausblicken weit ins Land. Da hat... Da haben wir uns... Und dann, was das ist, was wir hier... Was ist hier? Was ist hier? So wie ist von den Böden? Da haben wir schon wieder. Da haben wir uns schon mal gewonnen. Was ist hier?